Oh, ich hasse Sit-Down-Videos irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich weiß man so die ganze Zeit im Fokus. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich drehe heute mal so ein Live-Update-Video, beziehungsweise ein kleines Q&A, weil sich in letzter Zeit irgendwie so ein paar Sachen geändert haben. Und zwar wollte ich ja eigentlich nach dem Abi mit meiner besten Freundin, beziehungsweise mit Leonie, eine Asienreise machen und vielleicht dann auch noch in ein paar andere Länder gehen, halt einfach so ein bisschen Work-and-Travel-mäßig beziehungsweise davor arbeiten und dann halt Anfang nächsten Jahres, also 2021, losfliegen. Das klappt jetzt aber alles nicht und ich habe mich ein bisschen nach Alternativen umgeguckt und mich so ein bisschen erkundigt, was ich stattdessen machen kann. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe jetzt dieses Jahr mein Abi gemacht im, was ist, Juni? Ja, ich glaube im Juni. Und seitdem war ich halt eigentlich nur hier zu Hause. Ich habe in einem Café gejobbt, beziehungsweise in einem Waffelladen in unserer Stadt. Und es war eigentlich auch alles ganz cool. Ich habe kleinere Trips unternommen, zum Beispiel nach Berlin, München, Hamburg, halt so in Deutschland, was ging. War noch mit meiner Familie im Urlaub. Genau, aber das, was wir eigentlich geplant hatten, also wir wollten auch im Herbst noch eine größere Reise machen, das geht ja jetzt alles nicht. Und man ist so ein bisschen an das Zuhause gefesselt. Und ich glaube, dass es halt vielen so geht, vor allem auch, wenn man jetzt nicht direkt anfangen wollte zu studieren oder halt sich halt nicht beworben hat, weil dann eben auch alles jetzt online ist und es halt schwerer ist, in einer neuen Stadt Anschluss zu finden und man sich ja auch nicht in großen Gruppen treffen kann und so. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen lost. Und genau, ich wollte einfach mal so ein bisschen über meine Situation reden, vielleicht auch teilen, wie ich jetzt selbst damit umgehe. Heute ist übrigens der 3. November und seit gestern ist ja auch dann der zweite Lockdown. Also es haben alle Restaurants und Cafés geschlossen. Das heißt, ich habe jetzt auch erstmal vier Wochen lang keine Arbeit. und genau, da ich nicht vier Wochen lang nur zu Hause sitzen möchte, habe ich mich in einem Krankenhaus für ein Pflegepraktikum beworben. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, an zwei, drei Krankenhäuser in Karlsruhe geschrieben. Bei dem einen wurde ich abgelehnt, aber die haben mir angeboten, dass ich dort als Hilfkraft arbeiten kann. Und bei dem anderen darf ich jetzt morgen hinkommen und dann wollen sie eben persönlich ein Gespräch mit mir führen. Und ich glaube, das sieht dann schon relativ gut aus, dass es klappen könnte. Ich werde es aber auf jeden Fall dann auch mit einem Vlog weiter thematisieren. Wenn ihr mich da verfolgt, kriegt ihr eh alles zu mit. Genau, und ich hoffe einfach nur sehr, dass es klappt wird, weil für mich ist es auch immer noch eine Option, Medizin zu studieren. Deswegen werde ich das dann machen in nächster Zeit und ich freue mich mega darauf. Ich glaube, es wird richtig cool. Ich werde auch auf jeden Fall meine Erfahrungen weiter mit euch teilen. Selbst wenn es nicht klappen wird, werde ich als Hilfskraft in einem Krankenhaus arbeiten, einfach ein bisschen Solidarität zeigen. Und ich glaube, in dieser schwierigen Zeit brauchen vor allem auch die Krankenhäuser und Pflegeheime viel Unterstützung und freuen sich da eigentlich über jeden, der ihnen hilft. Deswegen ist das jetzt erstmal so mein Plan für die nächsten ein bis zwei Monate. Und dann hatte ich, glaube ich, auch schon mal thematisiert, dass ich immer noch den Plan habe, ins Ausland zu gehen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Und zwar habe ich mich über Kulturweit für einen Freiwilligendienst im Ausland beworben. Und da habe ich jetzt auch schon eine Zusage bekommen gehabt. Und zwar war diese für Spanien, für San Sebastian, direkt am Meer, an einer deutschen Schule. Und ich habe mich so mega darauf gefreut, weil ich hatte ja auch drei Jahre Spanisch in der Schule und ich fand es mega cool, dass ich dann die Möglichkeit habe, nochmal mein Spanisch zu verbessern. Ich wollte schon immer mal für eine gewisse Zeit lang am Meer wohnen. Und dann aber zwei Tage später kam die Nachricht, dass das doch nicht klappen wird, dass diese Schule keine Leute aus dem Ausland annimmt, wegen eben Corona. Und da habe ich auch mal in einem Vlog drüber geredet. Das war diese schlechte Nachricht, also es ist jetzt nichts krass Schlimmes, aber für mich war das halt trotzdem irgendwie voll dumm in der Situation dann. Weil ich meine, klar, vielleicht war es auch naiv zu glauben, dass das alles so klappen würde. Aber ich dachte halt so, ja, es sind noch sechs Monate. Und ich fand, es hat sich halt alles so mega perfekt angehört. Naja, auf jeden Fall klappte das dann doch nicht. Die haben mir aber gesagt, dass sie eine andere Einsatzstelle noch haben. Und dann habe ich mit einer ganz lieben Frau vom Pädagogischen Austauschdienst gesprochen. Also Kulturwahl hat mich da weitergeleitet. Und dann haben wir uns noch Alternativen angeguckt. Eins war für eine kleine Stadt in Rumänien, Radauzis. Das glaube ich, da wollte ich jetzt aber nicht so gerne hin, weil da halt eben nicht so viel ist. Und das andere war dann Budapest. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir erst mal so, also ich wusste nicht ganz, ob das jetzt so das ist, was ich will. Aber als ich mich dann weiter so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, fand ich es einfach mega cool. Und wenn ich jetzt von mir aus die Wahl gehabt hätte, wo ich hingehen würde, hätte ich wahrscheinlich nie Budapest gewählt. Oder wäre der nie drauf gekommen. Aber andererseits finde ich es mal so eine coole neue Erfahrung, so die Leute dort kennenzulernen. Es ist ja auch eine Studentenstadt, es ist eine große Stadt. Und ja, ich hoffe einfach, dass es klappt. Also wenn es klappt, dann gehe ich im März nächsten Jahr für sechs Monate nach Budapest an eine deutsche Schule dort. Und helfe dann quasi so den Lehrern ein bisschen beim Unterrichten. Plane irgendwelche Projekte, gebe Nachhilfe. Ich weiß nicht genau, was ich da machen werde. Das wird sich dann auch im Laufe der Zeit herausstellen. Und natürlich ist die Situation unsicher. Natürlich, wenn jetzt die Zahlen weiter so steigen, wie sie es im Moment tun und die Grenzen geschlossen bleiben. Ich weiß, dass die Grenzen nach Ungarn geschlossen sind. Kann ich natürlich nicht einreisen und kann ich das natürlich nicht machen. Aber bei mir ist es einfach immer noch so, dass ich einfach hoffe, dass es funktionieren wird. Und genau, ich habe jetzt auch noch keine andere, keine Alternativoption. Klar, ich könnte mir überlegen, zum Sommersemester anfangen zu studieren. Aber ich weiß nicht, ob das ist, was ich will. Aber ich glaube, das werde ich dann schon machen. Mich für noch ein Studium bewerben, weil einfach jetzt nur auf diese eine Karte zu setzen vielleicht ein bisschen zu unsicher ist. Und genau. Außerdem gucke ich jetzt mal, wie mir das Praktikum gefällt und ob sich Medizin für mich in Frage kommt. Weil wenn ja, dann könnt ihr auch einfach dann nächstes Jahr im Frühjahr den Mediziner-Test machen. Also mich darauf auch gescheit vorbereiten. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, in Budapest dann direkt Medizin zu studieren. Wir haben da auch Bekannte, wo auch der Sohn Medizin dort studiert. Und genau, vielleicht ist das ja dann auch eine Option für mich, weil eben für Deutschland mein Abi einfach nicht ausreicht. Ja, genau. Das ist jetzt so meine Situation. Ja, und wenn ihr übrigens in der gleichen Lage seid wie ich, dann schreibt mir bitte, bitte gerne in die Kommentare, was ihr jetzt mit eurer Zeit anfangt, wie ihr sie nutzt, was ihr am liebsten macht, was ihr in den nächsten Monaten geplant habt. Weil das soll ja auch ein bisschen zum Austausch stehen, dass es vielleicht mal neue Anregungen kriegt und so. Genau, das fand ich auf jeden Fall mega cool. Außerdem habe ich auf Instagram noch gefragt, ob ihr Fragen habt und ich würde sagen, ich beantworte die jetzt mal. Aber ich will gar nicht, dass das Video so lang wird, weil ihr wisst, meine Videos sind immer mega lang. Und es sollte jetzt wirklich nur so ein kleines, kurzes, kompaktes Update, dass ihr meine Situation versteht. Ich gehe einfach mal ganz nach unten. Ah, ganz viele haben auch gefragt, wo ich jetzt wohne und ich wohne immer noch zu Hause. Ich bin nicht ausgezogen, ich bin nur in ein anderes Zimmer gezogen und das Roommate-Over kommt. Es kommt, mir fehlt nur noch die Kommode und ich will das Video nicht drehen, bevor man es mal nicht ganz fertig ist. Und es fehlen auch noch ein paar Kacktee. Aber ich wohne noch zu Hause, weil ich ja jetzt sicherlich noch ein halbes Jahr hier sein kann. Und hier ist einfach ein großes Zimmer und ich hatte ähnliches zu tun. Dann dachte ich mir so, warum nicht das Zimmer renovieren, komplett neu einrichten. Und jetzt habe ich hier auch einfach mehr Platz. Es ist viel besser zum Video-Straining, hier so ein Zittern-Video. Ich finde es mega nice. Und meine Alternative für das Medizinstudium ist auch irgendwas in Richtung Medien, soziale Medien, Journalismus. Ich habe mir mal ein paar Studiengänge rausgeschrieben, die ich interessant fände. So als Alternative, falls es nichts für mich sein sollte. Ich werde euch das mal vorlesen. Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach finde ich auch noch richtig, richtig coole Kombinationen. Dann Soziologie und im Nebenfach Psychologie oder Medien- und Kommunikationswissenschaften sind jetzt so die Dinge, die ich auch noch mega interessant fand. Vielleicht so als kleinen Input, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren sollt. Wenn ihr studiert, schreibt mir gerne in die Kommentare was. Hast du noch viel Kontakt zu den Leuten aus der Schule? Also klar, zu Leonie habe ich immer noch viel Kontakt. Wir sehen uns eigentlich wirklich jeden zweiten Tag, wenn es möglich ist, aber nicht, dann halt nicht. Und sonst habe ich noch zu meinen besten Freunden, also den Jungs, habe ich auch noch relativ viel Kontakt. Also durch Corona jetzt natürlich nicht mehr so viel. Aber ansonsten eigentlich wirklich nicht. Mit den Leuten, mit denen ich nicht richtig close war und die ich nur in der Schule gesehen habe und mich privat mit denen getroffen habe. Mit denen habe ich jetzt eigentlich fast gar keinen Kontakt, wenn mit ein paar wenigen noch ein bisschen über Snapchat, aber eigentlich echt nicht. Bleibst du trotz Corona in dem Café zum Arbeiten? Also das Café hat sich entschieden, jetzt erstmal einen Monat wirklich komplett zuzumachen, auch keinen To-Go anzubieten und gar nichts. Deswegen jetzt erstmal nicht. Ich hoffe, dass ich das Praktikum machen kann. Aber wenn es danach wieder möglich ist, dann will ich da auf jeden Fall weiterhin arbeiten, weil das hat mir mega Spaß gemacht. Wie geht es ihr zurzeit? Also ich muss sagen, es ist so ein bisschen so ein Up und Down. Ich habe sehr gute Tage, ich habe aber auch Tage, an denen ich antriebslos bin und unmotiviert und mich so frage, wie das alles weitergehen soll, warum es so kommen musste, wie es gekommen ist. An denen ich mich nicht motivieren kann, was zu machen, an denen ich mich richtig schlecht fühle, weil ich den ganzen Tag nur rumgegammelt habe und es nicht geschafft habe, Sport zu machen. Ich bin nicht rausgegangen und den Tag so quasi verschwendet habe. Aber wichtig ist, dass man sich von diesen Tagen einfach nicht unterkriegen lässt. Mir hilft es immer, wenn ich mir so denke, ja okay, das war jetzt ein Gammeltag, es ist alles cool, die Situation ist scheiße, jeder leidet darunter, es ist okay, wenn es dir mal schlecht geht. Morgen ist ein neuer Tag, morgen stehst du früh auf, gehst spazieren, gehst einkaufen, Hauptsache du kommst irgendwie aus dem Haus. Für mich ist es immer wichtig, irgendwie aus dem Haus zu kommen, gehst in die Bücherei oder so, keine Ahnung. Einfach so kleine Dinge, auf die man sich freut und die es mir dann erlauben, dass ich mich besser fühle. Also, ja, ich würde sagen, es gab auf jeden Fall Zeiten, in denen es mir schon besser ging, aber mir geht es nicht schlecht. Also, auf keinen Fall. Ich glaube, da geht es Leuten, die sehr, sehr viel mehr unter der Situation leiden. Wie viele Stunden arbeitest du gerade und wie viel Geld verdienst du dabei? Ich habe eigentlich einen 450-Euro-Job, aber ich glaube, man hat auch in meinen Vlogs mitbekommen, dass ich manchmal eben nur auf Abruf bin. Wenn ich dann nicht so lange arbeite oder eben nur weniger Stunden da bin, weil nichts los ist, dann kriege ich auch weniger Geld. Also, ich muss sagen, es waren bisher, glaube ich, nie 450 Euro. Es waren immer so zwischen 350, 380. Das ist nicht viel Geld, aber mir macht der Job Spaß. Ah, und Trinkgeld kommt auch noch dazu. Also, das durfte ich auch behalten. Das kommt auch vom Tag an, wie viel Geld es dann war. Und ansonsten verdiene ich auch noch Geld mit YouTube und Instagram. Und wirklich, ich bin so dankbar, dass ich dieses Hobby habe, weil ich merke, das ist was, was ich immer machen kann. Egal, in welcher Lebenssituation ich bin, egal, wo ich bin, ob ich studiere, ob ich in die Schule gehe, ob ich nur rumgammel und kein Leben habe, so wie gerade. Ich kann es immer ausüben und es ist so ein nicer Zeitvertreib, weil ich mag es ja auch nicht so viel Zeit am Handy zu verbringen. Und dann kann ich einfach die Zeit damit verbringen, Bilder zu machen, Videos zu drehen, zu vloggen, Rezepte-Videos zu drehen, zu schneiden, Musik für Videos rauszusuchen. Und es ist einfach so ein tolles Hobby, da kann ich mich kreativ ausüben. Und wirklich, wenn ihr überlegt, es zu tun, tut es jetzt. Ihr habt Zeit dazu. Es ist egal, was andere denken. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann just do it. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu drehen, wie man am besten mit YouTube anfängt. Aber wirklich, ihr müsst euch einfach immer wieder vor Augen halten, dass es egal ist, was andere denken. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn es euch glücklich macht, dann tut es, es ist euer Leben. Vor allem auch so, jetzt mal im Ernstfall, ich habe in der 11. Klasse angefangen. So, ich war mit den Leuten noch zwei Jahre zusammen. Selbst wenn sie schlecht über mich geredet hätten, wenn sich alle darüber lustig gemacht hätten, dann wäre das natürlich extrem scheiße für mich gewesen und ich möchte das jetzt auch nicht runterspielen. Aber man steht da drüber und das ist nur eine gewisse Phase in seinem Leben. So, das wird auch wieder besser werden. Und ganz ehrlich, die Leute, die sich da drüber lustig machen, die machen das nur aus Neid oder weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind. Das hat nichts dann damit zu tun, dass ihr als Person euch angegriffen fühlt. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber wenn es euer Ding ist, dann just do it. Wirst du den Mediziner-Test machen? Ja, ich werde den Mediziner-Test machen. Das ist jetzt irgendwie auch so eine schwere Frage. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, ob ich ihn machen werde. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen und das ist eine Option. Findest du die Schulzeit oder jetzt die Zeit nach der Schule besser? Ihr wisst, ich habe Schule geliebt. Ich bin extrem gerne in die Schule gegangen, aber ich merke auch einfach, dass es ein extremer psychischer Stress und Druck war, den man da ausgesetzt war. Ich meine, klar, das klingt jetzt blöd und in der Uni wird es wahrscheinlich noch alles viel schlimmer werden und so. Das weiß ich auch alles. Aber für mich war es eben trotzdem Druck und jetzt nach dem Abi und nach der Schule habe ich halt gemerkt, dass ich wirklich Zeit für die Dinge habe, die mich glücklich machen. Ich mache viel mit Freunden, ich verbringe viel, viel mehr Zeit mit meiner Familie, ich koche richtig viel, ich backe richtig viel, ich gehe raus, ich investiere mehr Zeit in meine Videos. Und ja, deswegen, ich würde sagen, wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile, aber man sollte einfach genießen, was man gerade hat. Und ich werde die Schulzeit auf jeden Fall für immer vermissen. Das war eine richtig tolle Zeit. Aber wenn ich ausziehen möchte, möchte ich auf jeden Fall in einer WG leben und versuche auch in Budapest dann in eine WG zu kommen, wenn das funktioniert. Ich muss mich da auch selber um eine Wohnung kümmern und so. Ja, ich hoffe einfach so, dass es funktionieren wird. Und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das jetzt überhaupt jetzt schon teilen soll, auch gerade das mit dem Praktikum und allem. Aber ich denke mir so, selbst wenn es nicht klappen sollte, dann teile ich auch das, was schief geht im Leben. Wisst ihr, so wie ich meine, dann ist das alles ein bisschen realitätsnäher und man kann ja auch nicht immer nur die schönen Seiten im Leben zeigen. Deswegen habe ich euch doch auch mit Spanien erzählt, dass es nicht geklappt hat. Weil ich glaube, das ist bei vielen so, dass einfach wegen Corona die Pläne durchkreuzt werden. Hast du Freunde nach dem Abi verloren? Ich würde sagen, wirklich richtige, wahre Freunde habe ich nicht verloren. Und auch wenn ich jetzt im Moment mit einigen weniger Kontakt habe, wird sich das, denke ich, auch ändern. Ich glaube, das ist auch durch Corona bedingt und dadurch, dass ein paar weggezogen sind und so. Aber klar, zu manchen habe ich keinen Kontakt mehr, aber ich würde nicht sagen, dass das meine wahren engsten Freunde waren. Denkst du, dass du irgendwann von Social Media leben kannst? Nein, denke ich nicht. Beziehungsweise, vielleicht könnte es irgendwann mal irgendwie passieren, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich davon leben kann. Aber selbst wenn, wäre das nicht mein Lebensziel, weil ich bin ein Mensch, ich bin sehr routinemäßig und ich mag es zu lernen. Ich mag es, mich weiterzubilden. Ich merke es jetzt auch gerade in der Zeit, wo ich eigentlich nicht so viel lerne, dass ich es schon vermisse. Und deswegen denke ich, dass ich auf jeden Fall immer noch ein anderes Standbein haben wollen würde. Außerdem ist Social Media ja auch noch ein sehr, sehr junges Business und deswegen sehe ich das für mich auch gar nicht als meinen Beruf an, sondern ich glaube, das soll einfach nur mein Hobby sein und ich möchte mich davon nicht abhängig machen. Ich will das immer nur machen, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich darauf angewiesen bin. Und außerdem fehlt mir in diesem Beruf einfach der Kontakt zu anderen Menschen. Also ich bin eine sehr soziale Person und das wäre einfach so der Aspekt, der mir da auch auf jeden Fall fehlen würde. Unabhängig davon, dass es wahrscheinlich finanztechnisch nicht ausreichen würde. Das wollte ich nur kurz noch ergänzen. Möchtest du mal komplett vegan oder vegetarisch leben? Also eigentlich lebe ich schon komplett vegetarisch. Ich sage es nur nicht, weil ich sehr, sehr selten Fleisch esse. Genau, und ich dann einfach nicht will, dass mir immer vorgeworfen wird, ja, aber warum isst du das jetzt? Du hast gesagt, du bist vegetarisch und so. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben. Ich versuche auch immer, vegane Alternativen auszuprobieren. Also ich bin da wirklich ein sehr, sehr offener Mensch und versuche immer, mich ein bisschen so zu verbessern. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, das irgendwann zu schaffen, dass ich komplett auf tierische Produkte verzichten kann. Ich weiß aber nicht, wann das sein wird, ob das irgendwann mal so sein wird. Aber ja, ich kann es mir vorstellen und es wäre schon so ein kleines Ziel. Und das ist auch das Gleiche gilt für mein Konsumverhalten. Ich würde so gerne, wirklich ist es echt ein Ziel, komplett auf Fast Fashion zu verzichten. Aber im Moment kann ich es irgendwie einfach nur nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding der Persönlichkeitsentwicklung und ich setze mich da nicht so unter Druck. Das wird schon alles mit der Zeit werden. Als letzte Frage, wie fühlst du dich im Moment? Ich fühle mich im Moment so ein bisschen verloren, ein bisschen lost, manchmal ein bisschen antriebslos. An anderen Tagen sehr, sehr glücklich und dankbar für meine Situation. Also es ist so ein kleines Gefühlschaos, aber allem im allen geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Und ich versuche es besser aus der Situation zu machen. Ach, allerletzte Frage, das wird schon wieder so lang, war zu Sport und Ernährung. Also durch das ganze Reisen und so war meine Ernährung wirklich miserabel. Ich habe so viel Müll gegessen. Aber jetzt mittlerweile habe ich es ja eigentlich wieder gut unter Kontrolle. Und mit Sport, ich versuche einfach Homeworkouts zu machen. Unser Fitnessstudio bietet auch Online-Kurse an. Das heißt, gestern Abend habe ich zum Beispiel Zumba online gemacht. Das war mega cool. Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch in meinen Vlogs genauer drauf eingehen, wenn euch das interessiert. Äh, genau. Das war es, was ich alles thematisieren wollte. Schreibt mir auf jeden Fall Video-Ideen in die Kommentare, worauf ich in meinen anderen Videos mehr eingehen kann. Also in meinen Wochen-Vlogs und so weiter. Dass ich weiß, was euch da interessiert. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bye!